Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothik Immer noch in der neuen Mine Ich könnte jetzt eigentlich schon rausgehen Und müsste dann die Das Horn eines Schattenläufers Und die Zunge eines Feuerwarans besorgen Aber ich dachte mir, bevor ich das tue Werde ich die Höhle noch komplett zu Ende erforschen Denn letzten Endes gibt es hier noch Mindcrawler Platten zu holen Und da ich keine Ahnung habe Wie viele ich brauche für diese Rüstung Aber die Rüstung unbedingt haben will Gehe ich halt lieber auf Nummer sicher Und besorge so viele Platten wie ich kann Genau Das tue ich hier gerade, wie man sieht Wie viele habe ich denn schon von den Platten Erstmal brauche ich vielleicht eine neue Fackel Und dann, ne Mindcrawler Platten 22 Ich denke das sollte Wahrscheinlich reichen Und so wie es aussieht Bin ich jetzt hier auch in einer Sackgasse gelandet Und da das hier der letzte Weg war In der Mine Dann dürfte ich die Mine jetzt auch schon Komplett erforscht haben Nehme ich an Hoffe ich Ist da oben noch irgendwas? Na Na, da komme ich nicht hin Gut Kann ich die jetzt eigentlich aufnehmen Während ich die andere habe Dann müsste ich jetzt 113 haben Ne, äh, 116 Stimmt So eine 115 Ähm, genau Was ist das denn hier? Das ist so eine fette Maschine Kann ich die benutzen? Kann ich die benutzen? Nein Kann ich nicht Schade Okay Dann werfe ich noch einen Blick Hier Um mich herum Aber wie erwartet Äh, gibt es hier nichts Neues mehr Und dementsprechend werde ich mich jetzt Zurück Ins neue Lager begeben Und Ähm Oder? Moment Da muss ich kurz nachdenken Ich weiß, wo es Feuerwaren gibt Die sind an der Küste Äh, nördlich des Sumpflagers Das weiß ich zufällig Weil ich da mal aus Versehen Hinspaziert bin Offscreen Auf dem Weg zu Äh, genau Mit dem Typen sogar Mit Gorn war ich da unterwegs Hallo Suchst du wieder Streit? Und schon Passt schon Aufwändig Also ich bin Ich bin ja mal offscreen Vom alten Ne, vom Sumpflager Zu der Stelle gelaufen Wo ich dann mit Gorn Die Den einen Fokus geholt habe Im alten Tempel oder so Und äh Auf dem Weg Bin ich halt am Strand vorbeigekommen Mit Feuerwaren Genau Das heißt Das ist da in der Nähe Das war da die Sache Mit den Blutfliegen Mit Blutfliegenverwandlungen Um über den Abgrund zu kommen Und so Dort gibt es Feuerwaren Allerdings weiß ich gerade nicht Wie stark die sind Oh Mann Das war ein wirklich Beinharter Kampf Ja und du hast fast nichts gemacht Hätte nicht gedacht Dass Gomez-Gardisten So viel Widerstand leisten Tja Die Hauptsache ist Dass wir sie wieder Aus unserer Mine Vertrieben haben Ich werde hier bleiben Und dafür sorgen Dass das auch so bleibt Na gut Wie ist die Lage? Alles ruhig In der freien Mine Rührt sich nichts Es kann nicht mehr lange dauern Bis Lee die Verstärkung Hier hoch schickt So lange werde ich es mir Hier gemütlich machen Na dann Wünsche ich dir Bis später Viel Spaß Jetzt werde ich als allererstes mal Wieder meine Angemessene Rüstung tragen Und Joa Was habe ich denn da? Komm hier Heilkräuter Immer schön Inventar aufräumen Und die wenigen Dinge benutzen Na Brot Ich weiß jetzt nicht Ob das so unbedingt Würdevoll ist In der Magierrobe Sich mit Brot vollzustopfen Aber hey Was soll's Ich muss mich ja irgendwie heilen Und irgendwie würde ich mir die Tränke gerne Für im Kampf aufheben Weil die doch einiges schneller sind So Und die Zeit Die ich gerade hier investiert habe Die spare ich mir Indem ich mich teleportiere Nämlich So Hier Saturas Magie zu Ehren Bin ich gelevelt zwischendurch? Ich glaube Ja Krieg die Robe Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen Es ist noch nicht an der Aber ja klar Lernpunkte für Stufe 4 Habe ich leider nicht Mögest du in Ja ja Das kennen wir schon Du bist neu hier Magie zu Ehren Du warst doch normalerweise mal woanders Zeig mir deine Ware Was hast du denn so? Laborflasche Hm Trank der Schnelligkeit Weiß, Schnapps, Wein Kugelblitz Habe ich den nicht schon? Ich dachte ich hätte den schon Ich dachte Ja die 6 müsste das da recht sein Na gut Eigentlich Ich habe so viel Zeug Andererseits Ich habe auch so viel Heiltränke Aber ich könnte hier mal ein bisschen aufräumen Das mache ich jetzt einfach mal Wie gesagt Ich habe hier ganz viel Zeug Ich hätte gerne Eine Ersatz Zwei Hand Waffe Nämlich Die hier Und für alle Fälle Noch eine starke Einhand Waffe Und natürlich den Orkhammer Für die Golems Ansonsten Brauche ich das hier Alles nicht mehr Ich tue jetzt einfach mal alles Moment Tue ich nicht Das wird schon Ah Moment Hä Das passt genau Super Wie viel Wie viel brauche ich denn da Wenn ich alle will 21.000 Erz Huiuiuiuiui Mal gucken wie viel ich da zusammenkriege Das wird wahrscheinlich dann doch nicht ganz reichen Aber das ganze alte Zeug Von den Dingern Erwiesen Von den Ähm Gut Eine Spitzhack hätte ich gern Für den Spaß Selber Ähm Erz zu hauen Die starke Armbrust Vielleicht werde ich die irgendwann nochmal benutzen Dann würde ich auch gern die schwächere Die weniger Geschicklichkeit braucht Noch behalten Ansonsten habe ich noch einen Bogen Der da oben ist stärker Das heißt die hier unten brauche ich schon gar nicht mehr Das kann alles weg Die würde ich gerne behalten Gut Und dann habe ich doch hier noch ganz viel Okay das Essen will ich vielleicht nicht hergeben Damit kann ich mich heilen Aber ich habe doch hier ganz viel Kram Den keiner braucht Zum Beispiel Okay die Eier vielleicht nicht Die waren bei Festgegenstände Die brauche ich für die Rüstung Die Drüche könnten auch nützlich werden Aber hier Crawlerzangen Weg damit Sumpfkraut Weg damit Zähne Weg damit Krallen Weg damit Flügel Brauche ich nicht Wolfsfell Ja Halte ich mal zwei Kann vielleicht auch interessant werden Brauche ich nicht Brauche ich nicht Brauche ich nicht Brauche ich nicht Weg Weg Rockhundfell Ach komm Wolfsfell brauche ich auch nicht Lacke Haut brauche ich nicht Lacke Klaue brauche ich nicht Und diese ganzen Fackeln Also erstmal diesen Pokal Und dann Ich brauche echt nicht über 100 Fackeln So ein Unsinn Wer macht denn sowas Ich sag mal So 21 Ja 20 Komm Ich glaube ich mache eine glatte Zahl Äh 85 96 Ja Okay Eine glatte Zahl wird es vielleicht doch nicht ganz Machen wir das Ganze so Dann habe ich 11.000 Wow Wow Das ist echt viel Äh 11.500 Blitze Mal gucken Es scheint eine glatte Zahl zu geben 25 Muss ich da gucken Von den großen werde ich wahrscheinlich nicht ganz so viele brauchen Da gehe ich mal auf 50 Und dann gehe ich hier runter auf 100 Schätze ich mal Und den Rest mache ich mit den 70ern Na Na komm Eine mehr noch Wo sind die 25er Da Wunderbar So Ganz viel Gruscht weg Ganz viel Heiltränke her Finde ich super Vielen Dank Ryordean Damit fühle ich mich doch gleich schon ein bisschen besser ausgerüstet Nicht zuletzt auch Weil wie gesagt Diese Teile halt im Kampf gerade extrem geil sind Weil man sich relativ schnell heilen kann Jetzt brauche ich noch 25 Mana Vielen Dank Und dann kann es auch endlich weitergehen Ähm Was wollte ich machen? Ich wollte die Rüstung Die Rüstung kann mir Wer bauen Das war Wolf Das war Wolf Aus dem Aus dem neuen Lager logischerweise Ähm Zuallererst Möchte ich aber hier Dem Herrn Lee Bescheid sagen Dass die freie Mine Gesäubert wurde Vielleicht gibt er mir diesmal endlich Die schwere Söldnerrüstung Auch wenn ich Mittlerweile meine Zweifel habe Dass ich jemals noch bekommen kann Weil ich ja schließlich kein Söldner bin Nicht hinsetzen Lee ansprechen Hallo Äh Ja Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Danke Die Bedrohung dürfte beendet sein Du hast viel für unser Lager getan Männer wie dich Kann ich gebrauchen Ich danke dir Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen Einen Moment noch Nimm diese Zauberrone Als Zeichen unseres Dankes Für deine großen Taten Ich danke dir Wir sehen uns Eine Zauberrone Okay Was das wohl für eine ist Feuersturm wird es wohl nicht sein Ich tippe auf Äh Puh Weiß nicht Hm Keine Ahnung Vielleicht doch Feuersturm Licht war es wohl nicht Puh Keine Ahnung Vielleicht war es doch Feuersturm Das ist äh Der vierte Kreis Das heißt Ah Doch Das war wohl tatsächlich Feuersturm Die ich aber leider Nicht benutzen kann Weil ich leider noch im dritten Kreis bin Und für den vierten brauche ich 25 Lernpunkte Da ich nur elf habe Brauche ich noch zwei Level dafür Allerdings habe ich den Ein Level davon schon beinahe Ähm Ja Zuallererst Hierzu Wolf Äh Wolf Wie viel Uhr ist denn Ist es morgen 6.45 Uhr Na gut Dann will ich mal nicht so sein Leute Und lass euch schlafen Und hau mich einfach mal selber aufs Ohr So Und da mir gesagt wurde Und da mir gesagt wurde Dass die Folgen Ein bisschen kürzer sein sollen Und dafür öfter kommen Werde ich jetzt einfach hier Einen Schnitt machen Und wir sehen uns dann wieder Beim nächsten Mal Am nächsten Morgen Danke fürs Zuschauen Und bis dahin Tschüss 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 Tschüss